Lockdown Vierte Folge Second Life Ich gehe jetzt jeden Tag spazieren. Nicht in der echten Welt, sondern auf Google Maps. Das geht auch sehr gut. Man klickt sich gemütlich durch die Straßen und Alleen. Heute bin ich erst ein bisschen durch Florenz gelaufen. Die engen Gassen, wunderbar. Dann Barcelona, La Rambla, direkt am Meer entlang. Dazu habe ich auf YouTube ein Video angemacht mit Ozeangeräuschen. Ich hatte zum Glück noch etwas Sand in einem Glas von meiner Patentochter, sodass ich mir in jeden Socken eine Prise streuen konnte. Für das Knirschgefühl zwischen den Zehen. Am Schluss bin ich durch Hamburg. Meine Heimatstadt, die Alster, Schanze, Pauli. Auch bei meiner guten Freundin mit dem großen Kinn bin ich vorbeigelaufen und habe hochgeschaut zu ihrem Fenster. Schade, dass man keine Steinchen werfen kann auf Google Maps. Aber sonst ist das schon toll, die virtuelle Welt. Die ist in vielem eine ziemlich gute Alternative. Manches finde ich sogar sehr viel besser als in der echten Welt. Die Benutzeroberfläche beispielsweise, die ist viel weniger verwirrend. Und es ist sehr leicht, digital gut auszusehen. Ein paar Sekunden und aus meinem käsigen Gesicht, aus dieser Lockdown-Fresse mit Asphaltgrauen Augenringen, wird etwas Ansehnliches, sogar etwas Hübsches. Ein Mensch, den man posten kann, ohne dass sich alle sofort Sorgen machen. Zurzeit bin ich ganz gern auf Instagram. Früher mochte ich das nicht. Diese ganzen Menschen mit ihrem unendlich aufregenden Leben, dem Jet-Set, den Cocktails und den witzigen Ideen. Da kam ich mir im Vergleich immer so schlecht gelüftet vor, so regional und irgendwie erlebnisarm. Aber jetzt, wo alle nur noch zu Hause sitzen, finde ich es schön. Die Leute sehen, in ihrem Privatgefängnis, mit der Familie, dem Hund, der Angst, dem Putzlappen, der Langeweile. Das ist schon was, die Langeweile. Das setzt einem dann doch zu. In der leeren Wohnung, zwischen den Flaschen und dem ganzen Fallobst auf dem Küchenboden. Deshalb versuche ich seit gestern, online neue Menschen kennenzulernen. Mit fremden Chatten. Nicht immer einfach. Tor 36 und der Hauke 4 zum Beispiel wollten mir Nazi-Uniformen verkaufen. Jemand, der ATW 9 hieß, hat mir sehr ausführlich erklärt, dass Covid-19 von Aliens implantiert wurde, um uns für die Invasion, die anscheinend ganz direkt bevorsteht, zu schwächen. Und Jerome XX wollte gerne Sex mit mir und noch zwei Männern auf einem Hügel mit Blick auf ein Atomkraftwerk. Das war ihm ganz besonders wichtig. Der Ausblick. Aber dann, es war schon Abend, habe ich endlich jemanden getroffen, der anders war. Bisschen weniger extrem. Sue 32. Wir haben stundenlang gechattet. Bis tief in die Nacht saß ich vor meinem Bildschirm mit meinem Bordeaux aus dem leergekauften Rewe. Es ging schon so gut los, mit so viel Konsens. Corona nervt, fand sie. Wo ich dann schreiben konnte, ja, extrem. Und sie dann darauf, warum kaufen die Deutschen eigentlich alle Klopapier? Was eine Steilvorlage war für zwei Emojis. Schulter zucken und danach Kaktus. Sue 32, daraufhin gleich LOL. Und ich, die Leute haben eben zu viel Zeit. Das sind die nicht gewohnt. Sue 32. Aber echt. Ich irgendwie auch. Ich werde schon komisch. Ich darauf. Me too. Me too, too, too. Also als Zweien geschrieben. Mehrere Zweien. Und ein Ausrufezeichen. Was die fantastische Sue 32 mit einem GIF beantwortet. Nicolas Cage. Die Augen aufgerissen, als hätte man ihm eine brennende Stange Dynamit in seinen Arsch geschoben. Jetzt hebt die Kommunikation langsam ab. Ich schicke Zwinker-Smiley. Soft-Eyes. Sue 32 gibt zurück mit Wollknäuel. Sonnenbrille. Ich daraufhin, fast übermütig, ein weiteres GIF. Katze, die wegen Gurke panisch in die Luft springt. Sie versteht und antwortet mit Flugzeug. Ich, Kettensäge. Ich, Igel. Meerjungfrau. Drei Dollar. Sue 32, Detektiv. Und dazu in Klammern, du bist schlau. Darauf dann ich, jetzt sehr in Schwung. Beinprothese. Marshmallow. Sue 32, direkt und provozierend. Herzkuss-Smiley. Und ich, ich gehe in die Vollen und schicke Herz. Und dann kommt erst mal nichts. Bestimmt 40 Sekunden lang. Das ist in Chat seit sieben Jahren. Bis endlich drei Punkte da sind, die pulsieren. Und mir sagen, gerade wird geschrieben und dann kommt ihre Nachricht. Sie schreibt, hey, du, Unbekannter. Wow. Das ging jetzt ganz schön schnell. Bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Ich bin gerade erst aus einer Beziehung raus und noch nicht ganz geheilt. Ich finde unseren Kontakt total spannend, aber können wir ein bisschen langsamer machen. Ist das okay für dich? Und dann, statt einer Unterschrift, Giraffe mit Herzchenaugen. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt damit mache. Tut schon ein bisschen weh. Ich habe ihr dann ein Zwinker-Smiley zurückgeschickt, was mir rückblickend falsch vorkommt. Irgendwie lehrerhaft, altmodisch. Als hätte ich Klettverschluss-Sandalen an. So fühlt sich dieses abgeschickte Smiley gerade an. Andererseits, was schickt man da? Vielleicht vertrete ich mir besser nochmal die digitalen Beine. Ich könnte durch Paris spazieren, mich durch die Straßen klicken, bis an die Seine. Allerdings werde ich immer melancholisch in Paris. Und das ist gerade nicht so gut als Mensch, der gerade sein Herz in einen Chat gestellt hat. Und dann kam kein Herz zurück, sondern eine Erklärung. Besser, ich mache etwas Praktisches und kümmere mich um mein neuestes Projekt. Die Idee ist, ein Reisebüro aufmachen. Reisen in Zeiten von Corona. Safer Travels könnte es zum Beispiel heißen. Und das funktioniert so, dass man sein Smartphone losschickt oder eine Drohne. Die gehen auf eine Erlebnisreise, während man selbst zu Hause sitzt. In Sicherheit. Und die machen dann schöne Bilder und man selber schaut sie sich zu Hause an. Das ist die Idee, die ich verfolgen könnte, um wenigstens irgendwas zu machen. Start-up im Lockdown. Sozusagen. Also dann, Smiley mit Mundschutz. Bleibt gesund. Und dann, Smiley mit Mundschutz. Und dann, Smiley mit Mundschutz. Und dann, Smiley mit Mundschutz. Vielen Dank.